Tada. So, Host Room. Ich mach mal auf Normal. Guck mal wie das passiert. Receive Bonus Gold in XP. Increase Per Difficulty. Oder ich mach mal Timed. Auf Easy. Hat noch nicht so viel Zeit. Es sind nur ein paar Minuten. Ich probiere das einfach mal. Schönes Bild. Ich hab die Grafikeinstellung ein ganz kleines bisschen runter gedreht. Das letztes Mal auf der Aufnahme geruckelt hat. Ich hoffe, dass das jetzt nicht der Fall sein wird. So. Äh, Fackel. Feuerzeug. Taschenlampe. Das da. Dumm. 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 Gut. Okay. Oh. So... ...so ich jetzt nicht wirklich unendlich viel Zeit habe. Hm. hier ein bisschen beheilen so wo auch immer jetzt was aufgegangen ist okay Warte. Where are you? Why are you here? Oh. Also, ich habe ... Was war's denn jetzt? Was war's denn jetzt? Äh, externes Flames. Und irgendwo ist eine Mumie aber verstanden. Ui. Noch ein Schalter? Alles klar. Ui. Uh, magnetischer Schrott. Wo ist es drum? Vorsichtig, ich bin on-stream und so ein ... ... gedöhnt. So, jetzt muss ich nur noch gucken, ob ich hier eine ... ... Mumie rumlaufen sehe. ... sehe. Oh. Da bin ich schon wieder am Anfang. ... ... ... ... ... ... Ambient-Nabel? Hm. Wenn ich keine Mumie rumlaufen sehe, kann ich es auch nicht als Beweis eintragen. Hier war ich überall schon. Oh! Ah, es ist offen. Sehr schön. Okay, Geld haben wir schon ein bisschen eingesammelt. Ich habe jetzt ja nicht unendlich viel Zeit, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Okay. Das war hinter... Sehr nett. Dankeschön. Okay. Na gut. Dann gehe ich gerade nochmal zurück. Das haben wir. Da gab es keine Antwort. Die Lampe flackert aber nicht. So. Ähm, das da, das da und Radar. Oh. Oh. Ich würde sagen, das ist sehr eindeutig. Ähm... Electronic Disturances. Nein, metallische Signatur. So, gucken wir mal, ob es hier was gibt. Jawoll! Radar. Immer noch. Aktivität, Reanimation, Traumers, Local Spawns, Destruction, Stop Dooms, Footsteps, das haben wir alles nicht. Das wollte ich mir gleich. Schritte. Ja, das ist Traumers, sehr gut. Okay, Wrathos the Damned. Gut, ist eigentlich egal. Wrathos the Damned. Das ist der mit dem Feuer. Von dem kann man wegrennen. Ist gut zu wissen. Okay. Dann kann ich einfach direkt runter. Brauche ich das da auch nicht. Ich nehme es mal mit. Das brauche ich nicht. So, jetzt muss ich nur gucken, wo der... Wrathos the Damned. Jetzt lohnt es sich zu gehen, weil ich unter 29 Geld habe. So. Schalt auf. Das ist immer ein nervöser Moment. Schiss. Da sehe ich was Blaues. Mann. Bist du genau aus dieser Ecke kommen? Was soll ich das an mir... So viele Dinger anmachen wie möglich. Sackgassen. Ich kann nichts machen in der Sackgasse. Und Angst vor Feuer hat der jetzt auch nicht gerade bewiesen. Nee. Crap. Ansonsten hat es ja gut funktioniert. Ich hätte halt durch ihn durch gemusst. Es wäre schön, wenn da stehen würde, wie viel... Zeit man hätte. Wie viel Zeit man hat. Ich kann zwar die Uhr kaufen, aber dafür müsste ich erst einmal überleben und Geld mit nach Hause bringen. Das da, das da, das da, das da. Das da, das, das und das. Ansonsten ist ja alles super gelaufen, eigentlich in der letzten Runde. Spinnenweben. Lass es... Lass sie uns abbringen. Geht nicht? Okay, man kann nicht alles Spinnenweben abbringen. Wow, tolles Lighting. Gefällt mir in dem Baum. Ich sehe einen Schalter. Nein, da ist kein Schalter. Das ist ein Schalter. Wo sind Sie? Wo sind Sie? Warum sind Sie hier? Schöter? Immer rechts an der Wand lang gehen. Hier, Manni. Schnell noch Kaffee schliffen, bevor was passiert. Ich habe keinen einzigen Beweis bisher, oder? Ist ein bisschen enttäuschend. Naja, hier bin ich. Okay. Oh, ich habe das falsch an. Ähm... Warum sind Sie hier? Schöter. Danke. Vor der Respekt ist zum Beispiel Flames. Jetzt ist es schon nicht mehr Rathless the Damned, weil den hatten wir eben. Beziehungsweise wahrscheinlich. Äh... Ja, ja, sehr gut. Weil der hatte vorhin keine vocal response gegeben, so. Okay, footsteps. Ist ja cool, wenn sie die, äh, auch durch den Sand... ...das auch durch den Sand, äh, äh... Ja, so. Ah, der Raum. Soll ich den mal probieren? Soll ich ganz gut machbar, ich bin jetzt einmal getroffen worden. Footsteps hatten wir schon. Oh, mit 130 würde es sich aber schon fast wieder lohnen, das weiterzusuchen. Oder 135. Mehr davon. Das hab ich nicht erinnern, das war schon. Okay. Okay. Okay, ich geh mal kurz rauf und... Was haben wir denn hier? So. Radar wäre toll. Ist eigentlich ganz gut in der Mitte. Hm. Jetzt bin ich nicht sicher. Der Magi ist immer der Punkt. Und das war jetzt ein Pfeil. Danke. Äh, Radar. Radar. Oh. Okay. Who friszt the forgotten? Mimics its... It's... It's... Mimics its victim. I'm just tracking a shape-shift. Okay. Das kann weg. Ähm... Das da. So. Whistling gleich danger. Kann ich eigentlich... Hast du... Warte. The forgotten... Hast du... Reanimated corpses. Das heißt also... Das sollte ich auf jeden Fall behalten. Hab ich noch irgendeine... Task... Refi... Uncover Hidden Treasury. Okay. Kann ich noch mal schnell durchgehen. Okay. Die Salads scheinen ein bisschen entschärft zu sein. Ich weiß nicht, ob es noch ein Update gab. Oder ob ich letztes Mal einfach nur sehr aggressive... ...Tails hatte. Okay. Geräusche. Und hier gibt es echt Geld. Krass. Wow. Was? Echt viel Geld. So. Für eine Runde. Es lohnt sich gerade echt noch mal zu gehen. Ohne das Artefakt. Hätte gerne noch ein paar... Ich freue mich schon. Hier waren wir. Hier will ich auch nach Möglichkeit nicht mehr hinwissen. Die Wackel. Geht gerne aus. Jetzt war ich aber wirklich schon überall, oder? Habe ich noch irgendwo einen Weg übersehen? Ich würde gerne die Hidden Treasury finden. Wenn die schon mir angeboten wird. War ich hier schon? Nein. 200. 2,5. So viel Kohle. Ich bin nicht angespannt, aber manchmal kriegen mich die... Manchmal kriegen mich die Geräusche halt doch ein bisschen. Hä? In der Tomb. Past Explorations. Keine Ahnung. Ist nicht so wichtig. Ich versuche jetzt einfach nur lebend hier. Auszukommen. So. Das war die Treasury. Die haben wir ausgenommen. 2,10 Gold. So verlockend einfach zu gehen. Wie ich schon sagte. Könnt ihr diese Fackel mal bitte anbleiben? Danke. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo der... Ist hier? Über die Brücke? Ja. Okay. Es war Uphris the Forgotten. Uphris the Forgotten. Ich mach mal ein bisschen Licht. Das ist so düster hier. Alter. Ach, schade. Ach, schade. Das ist so düster hier. 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 Was hat denn gerade kam er? Oh, oh. Okay. Er hat doch nicht mehr gepfiffen, Arsch. Oh, Mann. Wenn man durch dieses blöde Gemäuer geht und einfach den Schalter nicht findet. Das ist echt viel Geld, was ich gefunden habe. Also so richtig viel Geld. Tja, also nochmal. Wenn ich jetzt nochmal so viel Geld finde, dann gehe ich einfach nochmal. Ah. Und, ähm, kaufe mir dann erstmal diesen Timer. Äh, fucker. Das da. Nein, Moment. Das da. Nein. Weg. Weg. Das da. Weg. Das will ich haben. Das da. Das da. Und, joa. Das, das, das. Das ist kein Geld, oder? So, ich hole direkt noch was Neues. Wenn ich jetzt schon den, der da ausgepackt hat, dann lohnt sich das ja. Dann aber Platz frei. So viel Plätze. Ich hab da noch viel mehr Plätze als früher. Okay, ich hab noch nichts, äh, untersucht. Minifliege? Geh weg. Woops. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? und man kann ja unterfallen ich denke ich immer abgewandt von mir so ist ich mich auch wieder nicht weil ich schon schönere modus gesehen okay ich die fotografieren ich habe es ja noch keinen einzigen okay die 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 der Ich habe einen. Einen einzigen. Trasks? Äh... Oracle Response. Tricky. 15. Dann das da und das da und das war's. Möchtest du vielleicht nochmal kurz hier drauf auftauchen? Das wäre super. Okay, dahinten. Ich bin etwas unsicher. Aber zumindest... Also vielleicht Radar. Ich habe jetzt schon ein paar, oder? Ja. Äh... Ja. 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 Ja, das war schon. Na? Das ist alles sehr dürftig hier. Ja. Na, immerhin. Extinguished Flames ist heute sehr, sehr beliebt. Alles klar. Das... ... 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 3x2 Was ist denn hier los? Wieso ist denn der Rand abgeschnitten? Ah, warte, ich weiß woran es liegt Moment, Leaf Yes Back Settings Graphics Nee Back Graphics Was ist besser? Was ist hiermit? Hm Das reicht zunächst aber so ein bisschen schwarze Streifen Ob ich das jetzt umstelle Dann habe ich die Streifen nicht mehr Dann lassen wir es doch einfach mal auf den Einstellungen So ein bisschen blöd, dass es hier abgeschlossen ist Oh, your item is available, das kann der Timer sein Upgrade Okay Equip your PDA Okay Okay Das ist mit der Torch 3 Upgrade last even longer to ensure if I keep some burning So Na gut, nächste Runde Also, wir gehen mal auf Normal und Timed On Und gucken, was passiert Und gucken, was passiert Das ist hier Ah, da drin Damit man kürzere Wege hat Stimmt hier Nö Oder da Oder da Da ist der Eingang Warte Das Wichtigste zuerst Gold Nein Nichts Brenn Obvious Obvious Uh Should scan the area with metal detectors Bla 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 Na gut Try again Ich bin schon am kriechen Oh Uh Ich hab Gold gefunden Es gab immer nur so 10 Gold hier drin Deswegen glaube ich nicht, dass ich mehr finden werde Aber ich guck ruhig Guck noch ein kleines bisschen rum Ich würde sagen, das war's Hier war ich ja schon so ein bisschen in der Ecke Kann ich eigentlich gleichzeitig Kann ich eigentlich schnell kriechen? Warte Oh Guck Guck Nice Okay Es gibt noch mehr Gold Gott Keine Katzenstatue Warum ich keine Warum machen wir nicht Affenstatuen? Katzen sind viel cooler als Affen So Das 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 Elf Minuten haben wir Okay So ich will wissen ab wann dieser Timer startet Das 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 Nein, aber nicht Das 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 Was Vorne Are you angry? Maybe. Okay, so we'll just listen. das könnte das hier aufgehen wenn ich alle schalter gefunden habe und ich so bitte nicht ganz so lange mehr hinterher rennen ok reanimation where are you okay extinguished flames reanimation footsteps raffles bedämmend müsste diese mumie noch finden welche sehr freiwillig irgendwo reingerannt und das war daran man muss es ist blöd um mir hin die dritte Ist das nicht der Album oder so? Also, also. Großer Raum. Mehr Schalter. Awesome. Was ist das? Ne, das machen wir gerade. Jetzt kann ich... Ob das nicht... Da sind wieder viel zu viele Sackgassen. Ich habe die dritte Mumie nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob die noch existiert. Das ist ein Kerl. So. Jetzt kurz nochmal rausgehen. Ich sag jetzt einfach mal, die Mumie ist nicht mehr da. Okay. Timer. Läuft tatsächlich weiter. Ähm. Okay. Ähm. Das kann nicht schaden. Ja, und dann geht's los. Rathos the Damned ist... Feuer. Und er ist der Langsamste von euch. Oh. Oh. Äh. Stopp. Meine Fresse. Aggressiv. Juhu. 82. Das ist ganz schade. Ich hab schon welche mitgekriegt. So. Wenn ich mich jetzt nur noch dran erinnern könnte, wo der... Bossraum war... Hier nicht. Oder? Nee. Das sieht anders aus. Ja. So. So. Was haben wir auch? Ah ja. Da. Da. Da ist das den Debt. 245 und ne Seite. Scheiß auf dieses Nein, hattest du gemacht, verdammt. So, ich brauche das Artefakt nicht, ich brauche nur das Geld und die Lore-Seite und mich interessiert, was jetzt passiert wegen dem anderen Schwierigkeitsgrad, was da so an ein Bonus dazu kommt. Die Zeit war noch? Ah ja, die Zeit ist angehalten, okay. So, Artefakte habe ich ja eh schon alle, das sind jetzt 100 Punkte, die ich nicht unbedingt brauche und ich habe den Schalter ja eh gefunden, insofern gehe ich mit 245 Geld hier raus. Top. Timed Bonus keinen, okay. Die Difficulty Bonus gab es für Erfahrungspunkte. Timed gab es keinen, vielleicht weil ich das Artefakt nicht geholt habe. Ich habe trotzdem 138 Punkte gemacht. So. Uh, es gibt neue Gegenstände. Was gibt es denn? Seismometer 3. Oh so. Mist, es wird noch ein kleines bisschen für die, für den hier. Na toll, wie viel so ein bisschen Holz, Schnur und Brennfüllmaterial und ein Tuch sein kann. Ne? 390 Goldstücke. Okay, so. Okay, habe vier schnelle Runden gemacht. Ähm, ich würde sagen, dass es jetzt langsam Mitternacht entgegen neigt. Machen wir nur ein paar kurze Runden. So. Genau. Irgendwann kriege ich hier auch noch ein paar. Ah, ich habe die Lore-Seite, die werde ich noch schnell übersetzen. Und dann machen wir für heute Schluss. So. Was haben wir denn da? Tada. Die Aufgaben, die AK seinen Zealots untergeben, nenne ich es mal, gegeben wurden, in denen seine Dienste standen. Ähm, bleiben ein Mysterium, äh, bleiben für uns aus der, aus dem Orden ein Mysterium. Also gibt es nicht viel, was über die Ereignisse, die, oh Gott, ähm, zwischen den Ritualen und AKs verschwinden, zusammenhängen. Also wir wissen nichts drüber. Ich bin sehr gut im direkt übersetzen. So. Na gut. Also man sieht, äh, ich habe noch ein paar, die ich finden müsste. Deswegen bin ich jetzt auch einfach schnell gegangen. Ich weiß nicht, warum hier abgeschnitten ist. Das ist ein bisschen strange. Ich hoffe, das fixen die noch, weil ich habe ja nichts gemacht, außer meine, äh, meine, meine, meine Auflösung anzupassen. Und in der anderen Auflösung war es sogar noch mehr abgeschnitten, also keine Ahnung. Egal. So, beobachten wir noch einmal den Typ in der Toilette. Oh, es gibt hübschere Gesichter. Augenfarbe, top, man sieht nichts. Oh, es gibt mehr Frisuren. Die sind alle scheiße. Oh mein Gott. Ja, das geht fast noch. Model. Schwarz. Oh, der sieht ja fast noch nicht so schlimm aus. So. Haarfarbe. Wie er da steht mit seiner komischen Dings. Oh, nee. Gibt nur drei Farben. Tut mir leid. Das einzige, was man sich angucken kann, ist das da. Ah, nein. Oh Gott, ich glaube, dabei bleibe ich. Jo. Oh. 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 Super. Kann ich auch was anmachen? Ach, das geht natürlich nicht. Aber die Hände kann ich trocknen, wenn ich mir die Hände nicht was machen kann. Habe ich mal Blut reingespuckt oder soll das Deko sein an der Waschweckwäcker? Das Bild ist auch nicht das Schönste. Aber das Gefühl zu entdecken hier ist auch so dreckig. Haben die keine Putze hier? Ihhh. Ist das so, ist das ein hässlicher Marmor? Ich weiß es nicht. So, kann ich die Tür auch nicht? Nö. Auch im Bauch. Okay. Na gut. So. Jetzt habe ich die Stunde gerade so voll gekriegt. In einer Minute. Ist egal. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Der Sonntag ist ja jetzt auch schon wieder vorbei. Die Woche fängt wieder an. Die nächste. Und damit würde ich dann sagen, ich verabschiede mich für heute. Ich habe heute recht viel gestreamt insgesamt. Und dann sehen wir uns hoffentlich diese Woche wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die neue Woche. Bis dahin. Ciao.